So, weiter geht es. Direkt in die nächste Runde. Da kommen wieder die ganzen Gegners. Richtig, aber wahr. Warte, lass mich da mal raus. Ich häng da wieder fest. Das ist scheiße. Nein. Ah, hier fehlt mich da ein hier, das Ding hier. Ich bin auch nicht bereit. Sie machen ja komische Faxen mit mir. So, erstmal du und dann du. Alter ey. Da ist noch einer. Ja. Was ist das denn? Ich kann nicht mehr tragen. Ja, es kommt alles wieder. Es kommt die ganze Mannschaft. Ist klar. Danke. Ich bin auch nicht bereit. So. Ah, spinnen auch noch. Genau. Die haben noch gefehlt. So, auch noch. Und die kleinen spinnen auch noch. Alter. Drei. So, da drin war noch mehr, ne. Soll jetzt alle Gegner. Töte alle Gegner in der entweiten Gruft. Okay. Okay. Ich bin auch nicht bereit. Ja. Jetzt aber. Boah. Ich muss ja weg. Guck mal. Da kann ich mich nicht bewegen. Wenn die solche Sachen machen mit mir. Verfluchter Schreine. Alter. Ereignis abgeschlossen. Ding mit Dunkelheit. Okay. Was haben wir das jetzt hier? Hier kann man auch nicht. Ja, mach du mal Zeit. Alter. Ich muss warten. Alter, was. Das ist der Riegel hier. Den noch. Geh nochmal da weg, bitte. Der macht da extra diese scheiß Mauer, ne. Eieieieieiei. Da wird da einer noch rum hier. Meine Last ist zu groß. Okay. Dann nehmen wir das alles mit. Da wird noch einer angezeigt. Barrieren wurde aufgehoben. Ich weiß gar nicht wo lange ich hin muss. Ich weiß gar nicht wo lange ich hin muss. Ich weiß gar nicht wo lange ich hin muss. Ja hier ist der Streinsel. Das verankert. Ich weiss vielleicht nicht. nicht. Hier ist alles zu. Das war doch der Eingang hier. Also was sagt die Map? Gibt es da irgendeinen Hinweis? Das haben wir alles da vielleicht oben. Hm? Der Blutfischer. Oh ok, ok. Hau ab, hau ab. Hunger. Ich muss wackeln. Ich muss wackeln weiter. Ja. Der Bischof, echt? Nein, 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 nein. So viel Schaden machen wir jetzt nicht. Aber der ist machbar, der ist machbar. Guck mal her. Guck mal her. Ich muss wackeln. Drauf, drauf, hau den drauf. Oh shit, der hat mich jetzt. Was machen wir da? Wapp. Alter weg, 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 weg. Den haben wir gleich. 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 Ach nein, voll getroffen. Nein, geh weg. Da ist er. Da ist er. Hä? 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 Blutrotte Kapelle. Hä? Oh, ich werde... Ja, du, deine Last, ey. Geh mal nicht am Sack hier. Ich hab ja voll den Bus gelegt. Krass. Stufe 21 und äh. Äh. Okay, Blutpüree. Ich spreche mit der Schwester Bäre einer Zuflucht des Bärenstammes. Wo ist das denn jetzt schon wieder? Äh. Weltkarte. Ja klar, da soll ich jetzt hin, oder was? Hm. Muss man wieder den ganzen Weg dahin laufen? Und ein ganzes Stück jetzt wieder? Kann doch jetzt sein. Kann ich das hier nicht verlassen? Teleportiert durch in die Stadt. Aber ich will gar nicht in die Stadt. Ah. So, jetzt muss ich erstmal hier den Ausgang finden. Also links, rechts, rechts und dann gerade raus und dann hier raus. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, da liegt ein Ring, ne? Was war das denn für ein Ring? Ein Ring, ein Ring. 7,8 gegen blitz gegen schaden schaden folgenden gegner betäubt 7,8 ne schon viel unser ist besser irgendwie so war das jetzt der richtige weg die nächste die nächste abzweigung bitte war das noch weiter ja das war noch weiter so raus aus dieser dreckshöhle ich kann nicht mehr tragen so du kannst nicht mehr tragen genau und wir haben noch einen punkt erst mal dahin so wir müssen jetzt wieder den ganzen weg da runter irgendwie da rein da waren wir auch noch nie dass es hier keine teleportation gibt ne das wundert mich ein wenig ok der hat ein schild gehabt deswegen hat er ihn abgekornet ja da war zu weit so jetzt dann bis er kam Tinten weg! Tinten weg! Auf dem Weg ist das wieder so ein Ereignis. Wir müssen da hoch. Blut ist der Schlüssel! Was? Um sie zu sentieren? So dann sättigt er die von meinem Blut! Auf gesättigt! Dann dahin! Okay, den haben wir aufgesättigt. Und jetzt 10 noch! Ach, das ist auf Zeit! Ich bin noch nicht bereit! Hat er das jetzt geworfen? Ich bin noch nicht bereit! Ereignis abgeschlossen! Das ist bestimmt ne tolle Axt! Das ist bestimmt ne tolle Axt! Deswegen schmeiß ich hier was weg! Das ist ne Schrottaxt! Was? Okay! Ich bin noch nicht bereit! Ich bin noch nicht bereit! Ich bin noch nicht bereit! Alter, was für ein Gemetzel! Okay! Komische Gegner! Oh, noch einer! Shit! Ich muss wachen! Sehr gut! da da! Na! Hm! Einfach mal weggekickt! Guck mal, dahin müssen wir! Das ist ja! auch erledigt und der nächsten und die Warks Tja, wenn du einmal drin bist dann ist das sowieso im Wahn so gehen wir jetzt von unten nicht das, das Warte, wo sind wir denn jetzt? Ah, da gibt es einen Teleportationspunkt zuvieles Bärenstammes Aha, der hat auch da gefehlt Cool, haben wir hier auch einen Der verduckelte Weg, wieso sagt er mir jetzt da unten? Äh Ob das ist jetzt Nebenquest hier? Schwester Vera Ich habe den roten Kelch Sehr cool, Quest abgeschlossen Blutpredigt Sehr cool Und Stufe 22 jetzt Vorstein gelevelt Okay Furioses Auffüllen Die haben wir gemacht Die haben wir gemacht Ähm Doppelschon war man nicht Das kannst du machen Okay Essen Genau, da sind wir jetzt auch angekommen Hier gibt es noch zwei Nebenquests Hier gibt es endlich einen Schmied Da können wir das alles verkaufen Das machen wir aber in der nächsten Folge Hier gibt es jetzt erstmal ein Päuschen Wir sagen danke Und bis gleich Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal